Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Battle, die Schlacht um Mittelherde 2. Ja, wir haben jetzt hier eine kleine Schlacht in Ruhn, eine, ja, meine verlorene Schlacht. Ich gehe auf automatisch berechnen. Ja gut, ja, der Dü, der gibt sozusagen auf, ähm, ja, man sieht schon. Ja, auch hier und um auch das nochmal zu demonstrieren. Genau. Ja, man hat jetzt gesehen, da ging ja gar nichts in dem Fall weg. Wie viele Einheiten hast du jetzt hier eigentlich in einem anderen Gebiet? Da hast du sechs. Wollen wir hier auch auf automatisch berechnen oder wird sich das echt, echt, echt sein? Na, warte, ich gucke es mir jetzt mal an und dann entscheide ich das. Und da Dü will es nämlich schnell beenden, weil er hat keine Bock mehr zu verlieren. Kann man ja auch verstehen, kann man ja auch verstehen. Auf jeden Fall die finale Schlacht, äh, wenn das hier oben die finale Schlacht wäre, würde ich sagen, okay, äh, was hier, hier, kennst du nochmal, hier hast du wirklich alle deine, äh, deine Armeen stehen. Du hast alle deine Leute da. Eigentlich müsstest du... Aber das nutzt mir trotzdem nichts. Das nutzt mir trotzdem nichts. Ich habe ja die Helden nicht wirklich gelevelt. Ich habe ja auch da ein bisschen gefällt. Ich habe ja den Saugermann, der eigentlich relativ stark war, den habe ich einem rumdümmeln lassen. Die Helden sind aber trotzdem auch schlechte Helden sind gegen, äh, gute Einheiten ganz gut, weil, wie gesagt, ich kann jetzt auch gerade nicht sehen. Äh, na, 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 gut, sind relativ gute Einbehalten, die ich hier habe, das stimmt. Ja, wollen wir es probieren? Ist doch scheißegal. Am Ende holst du mir die Schlacht zu wieder. Ja, aber, 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 aber es ist auch eine schöne Karte eigentlich. Das schwarze Tor. Ja. Ich würde die gerne, ich würde die gerne echt Zeit machen. Dann spielen wir es halt, komm. Ja, komm, geht ja schnell. Ich beeile mich. So, jetzt habe ich noch mal überreden können. Das heißt, wir, wir muten uns mal und dann geht es weiter. So, das nördliche Tor Mordor ist der Schauplatz der entscheidenden Schlacht zwischen Gut und Böse. Ja, so sieht es aus. Ähm, ist noch, das, was da steht, das stimmt ja so und so fast. Das ist fast die entscheidende Schlacht, nicht ganz, aber fast. Ja, du hast recht. Ja, siehst du, und schon allein deswegen ist es wichtig, das zu machen. So, gut. Ich weiß, du hattest kaum eine Chance, äh, ist logisch. Ich kann auch seine Frustration verstehen, weil momentan, ja, hat er, hat er keine Chance, großartig. An die Arbeit! Wir müssen den Krieg zu ihm ab. Andererseits, wie gesagt, hätte durchaus sein können, dass wir, äh, das Echtzeit verlieren, äh, beziehungsweise... Ich habe gerade den nächsten Fail gesehen, das finde ich nicht. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Nee, ähm, meine Einheiten, die kommen ja mit Verzögerung. Das heißt, ich habe meine Einheiten nicht, ich bin nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, ich hätte zwar vielleicht jetzt meinetwegen 10 Minuten aufbauen können, die Möglichkeit gehabt, deinen Effekten zu entgehen, um, zu umgehen, aber, nein, funktioniert einfach nicht. Na gut. Ich glaube, ich hatte Lutz oder Sharku gehabt von meinen Helden. Daher ist das, ja, für den Arsch. Aber, ja, haben halt nochmal die Karte halt auf jeden Fall nochmal gezeigt. Ja, ne toll. 24 Sekunden lang. Na gut. Okay. Okay, wartet auf andere Spieler umschlachten. Ja, okay. Dann sieht man ja, hat er zu viel gebracht. So, ich würde sagen, Phase beenden. Klopp. Und demzufolge bleibt noch ein Gebiet übrig hier oben. Du hast alle Territorien-Modus unterworfen. Mhm. Wartet auf andere Spieler umschlachten zu berechnen. Ja, machst du was? Ja, genau. Okay. Damit sind deine Einheiten alle da oben. Und die entschleidende Schlachtstelle findet halt nicht unten, sondern oben statt. So. Helden kann ich nicht aufeinander schmeißen, ne? Nee, geht leider nicht. So. Ja, du wirst jetzt auch mit beiden reinziehen. Ich? Naja, gut. Wie kommst du auf so eine Idee? Wie kommst du denn auf solche Ideen? Wobei halt das eine wird wahrscheinlich ja eine Woche später bei dir als Verstärkung. Ja, ganz genau so ist es. Ist das auch schade egal. Genau, in der entsprechend starten wir die finale Schlacht. Und, ja, damit, man sieht schon auf der Karte, jetzt sieht es nicht mehr so schlecht aus für mich. Ich glaube, ich brauche hier großartig nichts mehr bauen. Ich drücke auf, mach mal Phase beenden und dann gucken wir mal, wie es so geht. So. Schlacht starten. Gewählter Schlachttyp, Echtzeit. Na, super toll. Ja, ich freue mich. Du, das ist die letzte Schlacht. Du darfst nicht aufgeben. So, die Eisenberge waren lange Zeit, das Reich des Zwergenkönigs, dein Eisenfuß. Von den Eisenbergen kommen wir. Und der Dü, der ist genauso tot wie ihr. Äh, wir. Äh, ne, nur Dü. Eigentlich brauchst du dich doch jetzt nicht im Juden. So, scheißegal. Ja. Jud ich halt nicht, das bringt's nicht, glaube ich. Na gut, ich... Wer braucht einen Baumeister? Dann habe ich jetzt auf jeden Fall... Ich weiß, was wir brauchen. Wir haben viel zu tun. Ja, dann ist ja schon mal was wert, dass du Saruman hast. Ich baue hier inzwischen besser auf. Und guck mal, wo ich dich finde. Natürlich. Ja, ich bin links unten bin ich. Oh. Solltest du dich übertreiben, Typ. Bist du wirklich links unten? Links unten? Nee, du bist rechts oben. Macht euch Kampfbereit. Ja, bin ich auch. Ja, okay, gut hier, toll. Der weiße Turm wird wieder national. Hier wären wir Gondors. Ich bin eigentlich am überlegen, na, gibst du dem nochmal eine Endschlacht oder sowas? Aber, nee, ich komm vielleicht gleich dann. Vielleicht auch nicht. Ne, wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. Nee, ich brauch keine Endschlacht. Lass mal lieber. Machen dann noch ein Herdringespezial. Und dann machen wir noch mal das Gefecht. Ja, kann man dann später irgendwann nochmal einen Ringkrieg starten. Aber ich werde dann mal getragen. Oh, da ist ein Ringkrieg. Danke. Oh, warst du schon auf dem Weg zu mir? Nee. Nein, sowas würdest du natürlich nicht machen. Nein, 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 nein. Ich doch nicht. Hoch mit euch, ihr Faulsecke. Das Gebäude ist fertig. So, hopp. Das Zeug nehmen wir alles mit. Das tun wir alles da hin. Wir tun mal hier hin. Ritter der Weißen Stadt. So. Ich müde mich halt doch mal. So. Ich müde mich halt doch mal. Wird spielen. Genau. War das schon alles? Ist besser. Alter, kann ich nicht mehr erzählen. Da habe ich keine Angst, irgendwas zu verraten. Weil letzten Endes ist zwar nicht mehr großartig, was zu tun, aber... So. Schärf eure Schwerter. Männer Gondors. Du. Dies Land gehört uns. Hier wären wir fertig. Sieht eure Schwerter. Rückzug. Da, 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 da. Es gibt immer Hoffnung. Macht euch kampfbereit. Bleib dicht hin. Lassen sie nicht entkommen. Die Festung steht. So, hier, rein mit dir. Sieht euch zurück. So, ihr schafft die Dinger rein. Du baust hier. Und hier. Und hier. Guck mal, die Typen noch einholen. So, jetzt machen wir dasselbe wie er. Und holen uns einfach die... die... ruhig weg hier. Weißen statt. Kommt, Ritter, kommt. Werft den Feind nieder. Zurück. Abschuldig für die hier. Wäre fertig. So. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Die wird's... wird's wahrscheinlich auch, äh, bisschen wurmen. Aber naja, gut. Zählt ja nix hier. Den haben wir auch noch weg. Zwei hätten angegriffen. Okay. Reiter. Alle Mann, vorwärts. Es gibt immer Hoffnung. So, hier hin. Hier entlangst das Lager des Feindes. Randale. Bleib dicht hinter mir. Hau den weg, hau den weg, hau den weg. Schnell ihr Zwerge, äh, ihr, ihr Kabellaristen. So, haut ihn weg, haut ihn weg. Sauron mal ins Ende. Oh, die Sau. Sauron muss besiegt werden. Na, na gut. Wir müssen weiter. Gucken wir mal weiter. Hopp. Ich denk, bauen brauch ich nix mehr großartig. So, er macht seine Palantir-Vision. Sammelt eure ganze Stärke. Bleibt nicht zurück. Der Feind hält dies Lammes. Nichts und niemand kann uns trotzen. Formiert euch, Ritter. Auf. Sammelt eure ganze Stärke. Mal gucken, wo er sich sonst noch eingewirrt hat. Ritter der Weißen Stadt. Kann ich das Ding schon, das baut noch. Mhm. An die Arbeit Männer. Hier hin. Das dauert nicht lange. Ihr Ring muss geschützt werden. Formiert euch, Ritter. Nichts und niemand kann uns trotzen. So, ich seh, jetzt hab ich den Elfenbein. Ja, wir haben den Elfenbein zu Hause. Vorsichtig. Ritter der Weißen Stadt. Hier. Ja, ich werde euch der Angegründe begleiten. Na komm, kommt ihr da. Komm, mach die drei Dinger noch. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Bin ja schon auf dem Weg. Außerdem ist nur 21 Blatt. Hier noch drei Stück. Ja, da, du. Kann man verstehen, dass ein bisschen frustriert ist. Ja. Ich hab ja nur wirklich Haus hoch gewonnen. Das waren zwei Schmelzöfen. Ja. Wie gesagt, man kann ja verstehen, dass du ein bisschen frustriert warst. Ich hab ja Haus hoch gewonnen, auch von Anfang an. Nicht zuletzt wahrscheinlich, weil du den ersten Fehler gemacht hattest, als du die drei Gebiete quasi vermisst hast oder vergessen hast zu setzen am Anfang. Aber bist ja selber schuld. Man hätte sich ja mal ein bisschen informieren können am Anfang vorher. Du weißt doch, dass du hier gegen einen mächtigen Gegner spielst. Naja. Nein. Ja, irgendjemand muss ja das Ding gewinnen. Ja, genau. Letzten Endes schon. Und diesmal war ich. Genau. Diesmal warst du es. Ja, gut. Wir gehen einfach mal weiter. Mal gucken, was noch so genau was kommt hier. Ich bin auch schon neugierig. Krieg irgendwie. Warte, auf Schlachten berechnen. Fortsetzen. Ja. Und Phase beenden. Plupp. Ja, und das war's. Gewonnen. Du hast verloren. Ne, ich hab gewonnen. Ja, ich hab verloren. Dylan wurde besiegt. Ja, Leute, das war's. Dann denke ich auch hier für den Ringkrieg. Wo kommt hier noch irgendwas? Ja, du hast erfolgreich, dass alle Spieler des Gegnerinnen und Teams vernichtet. Hier kommt noch ne Mini-Statistik kommt hier noch. So, die, über die gesamten Runden. Oh, ja. Hm, gleich mal angucken. Na, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Man sieht schon, bis zum ersten Aufeinandertreffen ging's eigentlich für beide Seiten berg hoch. Dadurch, dass du halt, äh, ja vergessen hast, deine Einheiten zu versetzen, ging's etwas später berg hoch. Bei dir. Und, äh, dafür etwas schneller wieder berg runter. Ja. Na gut, aber sagen wir so, bis Runde 10 ungefähr, ne? Also bis hier zur Hälfte, ne? Was uns ja eh schon klar war. Ja. War's ja, na gut, war's ja okay, ne? Wie gesagt, ich hab halt, natürlich hab ich drei Eigengebäude weniger gesetzt gehabt, aber ich hätt natürlich auch, trotzdem, hätt ich die Schlachten gewinnen können. Die ersten zwei, drei, vier, fünf Stück. Na? Hättest du dennoch, ähm, was machen können. Aber, na ja, wie gesagt, das... Hätte man dennoch was machen können. Aber letztendlich, ja, viele Faktoren spielen da mit rein. Nein, aber letztendlich, irgendjemand musste gewinnen, ne? Glückwunsch dazu. Ja, genau. Ja, genau. Und ich werde es dieses Mal sein, äh, später, nächstes Mal auch wieder. Wir werden hinten ran, werden wir noch ein paar Echtzeitgefechte machen, nicht mehr in dieser Aufnahmesession. Aber wir werden hier noch ein, zwei Echtzeitgefechte hinten ranhauen. Richtig, genau. Wir werden noch ein paar Echtzeitgefechte hinten ranhauen. Eventuell wird die Playlist dann irgendwann mal mit einem weiteren Ringkrieg fortgesetzt, aber jetzt erstmal ist kurz Pause. Richtig, irgendwann. Und, äh, nach den Echtzeitgefechten geht es dann mit einem neuen Projekt los. Also, ich kann jetzt alle, die uns so zuschauen, kann ich nur raten, dass wenn ihr dieses Spiel spielt, ne? Wir können uns ja mal anschreiben, vielleicht kann man ja mal ein Gefecht auch zusammen machen. Auch eine gute Idee, ja. Ich denke, das ist, denke ich, im Interesse von Black. Wir spielen übrigens über, na gut, wir nutzen auf jeden Fall TS, wir spielen über Hamachi. Und wir spielen, glaube ich, die Version 1.6, glaube ich. Also, wer das so hat, da kann sich ja gerne mal über YouTube bei uns melden oder Facebook bei Black. Und, ja, und dann schauen wir mal, vielleicht findet sich da ein gemeinsamer Zeitpunkt, wo man das so veranstalten kann. Jawohl. Ja, und für diesen Ringkrieg war es das auf jeden Fall. Danke für das Einschalten des Ringkriegs und bis zum nächsten Ringkrieg. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gut gefallen hat. Tschüss.